hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal ich bin der gunnar alias die fette kokette ich freue mich dass ihr eingestellt habt zum vierten tag der powermetal woche und wir hatten ja nun gestern call of the sirens mit adrian von tod gehört vielen dank auf jeden fall dafür heute gibt es noch mal einen wunsch von adrian den hat er mir privat zugeschickt und zwar geht es um die band elfenpass aus frankfurt die haben sich 2002 gegründet mit ihrem song tagaien fire aus ihrem album the pass of the dark king und da bin ich sehr gespannt wieder eine deutsche powermetal band elfenpass dachte ich erst dass die band kenne aber ich habe die glaube ich mit was völlig anderem verwechselt und zwar hieß die band die ich meine die band die ich nämlich meinte hieß elfenstorm und das ist eine französische power metal band deswegen dachte ich kenne ich die band nein kenne ich nicht und ich will einfach mal vielleicht führe ich es generell mit ein dass wir uns mal das album cover von der band angucken und zwar finde ich schon mal ganz cool ist das logo ich finde das elfenpass logo sieht richtig richtig cool aus ich mag das ja das ist genauso wie bei blind guardian hammerfall ich finde das sieht einfach cool aus ich finde generell sehr gut sieht cool gezeichnet aus ich mag ja wenn die nicht ganz so übertrieben animiert sind und ich finde es cool dass man hier so so einen klassischen metal hat genommen hat mit wahrscheinlich leder oder die klamotten lange haare und natürlich ganz klar man hat hier natürlich das elfenpass logo als backpatch und dann nachher hier unten das das album album name finde ich sehr sehr cool gemacht ich finde es auch cool dass man hier so so ein licht king oder genommen hat der einen so quasi so auf dem den hellen fahrt führt natürlich so ein bisschen ein bisschen trigger mit dem mit der geldkiste wo man hier rechts diesen dunklen fahrt hat der scheinbar ja doch der richtige ist wenn hier der der licht king oder was auch immer das ist den da gelockt finde ich sehr cool gemacht auch in der heutigen zeit ist das ja also mich würde das ansprechende album cover und da ich sowieso mensch bin der sehr auf das optische ausgeht also wenn man mal so cds durchwühlt gehe ich sehr nach dem namen oder zumindest nach dem album er quatsch nach dem band logo und das album cover und da würde ich bei dem album echt zugreifen wo ich eher denken würde das ist mehr so klassischer heavy metal oder speed metal ist soll aber power metal sein wie gesagt 2002 aus frankfurt und da bin ich sehr gespannt was mir der adrian da rausgesucht hat so kann losgehen also elfenking mit tagaien feier whatever power metal aus frankfurt also ist frei ab geht's das ganze geht ungefähr sieben minuten das heißt wir lassen es durchlaufen alter krass schön schön ihr findet mir kürbisch drachen ich finde es cool dass man hier so ein schönes tempo hält sehr gut ich bin ich bin ich bin Ah, Galleon, Mann? Oh, Alter, die Gitarre! Ich finde es schön, dass die Drums nicht so im Hintergrund sind, sondern so ein bisschen weiter nach vorne. Das ist krass! Das ist krass! Das ist krass! Ich versuche, wie dieses Tal in der Feier ausgeschwommen wird. Da kommen die Drums so geil! Das ist krass! TARGARIAN FIRE! Da kümmert sich echt gut! Oh, das finde ich gut! Dieses Versetzer, das finde ich voll gut! Das ist krass! 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 Krass! Das ist krass! Und dann zum Schluss kam es! Und das fand ich so cool! Das war dann so das Ende vom Lied! Und das fand ich ziemlich cool! Wie gesagt, das mit den Stimmen, die übereinander gelegen haben, beziehungsweise leicht zeitversetzt, fand ich cool! Fand ich gut, dass man das, wie gesagt, relativ dezent hier eingesetzt hat! Alphen Pass kann ich mir auch wirklich in so einer underground Power Metal Konzert vorstellen! Mit so zwei, drei anderen Bands noch! Hätte ich auf jeden Fall mega Lust mir anzuhören! Weil ich finde es auch extrem cool! Ich mag, wie gesagt, das Logo finde ich sehr cool! Ich mag das Album! Logo! Album! Cover! Und ich würde mir die echt gerne mal anhören! Wenn Erfen Pass mal nach Berlin kommen, wie seht ihr mit zwei, drei anderen Power Metal Bands, werde ich hingehen! Weil ich denke, dass die Jungs extrem viel Spaß machen! Und eure Meinung, haut es in die Kommentare! Bin ich sehr drüber gespannt! Und dann kommen noch zwei Power Metal Songs, welche das sein werden! Freut euch drauf! Ich wiese es selber noch nicht, also ich wiese es schon, aber ich habe es noch nicht gemacht! Von daher, viel Spaß! Und achso! Bevor es hier... Ach! Egal! Machen wir nächstes Mal! Ciao!